Guten Morgen, mein Name ist Anja Günther und ich arbeite als Pastoralreferentin in Bad Kreuznach. Zusammen mit Kerstin Knopp, Nadine Göttl, Benedikt Welter und Sven Loth bereite ich die Jugendpastoralen Studientage 2021 vor, die unter dem Motto stehen werden, diakonisch-missionarische Kirchenentwicklung. Genauso wie alle anderen Bereiche der Seelsorge überlegt auch die Jugendarbeit, wie wir mit unseren Angeboten diakonischer und missionarischer werden können. Das heißt, wie wir näher an Jugendlichen und ihren Themen und Lebenswelten dran sein können. Und dazu haben wir uns was überlegt. Als Vorbereitung zu den Jugendpastoralstudientagen wollen wir einen digitalen Adventskalender zusammenstellen. Und in diesem Adventskalender werden hinter jedem Türchen Jugendliche aus verschiedenen Lebensbereichen mit ihren Geschichten zu Wort kommen und zu verschiedenen Fragen etwas erzählen, sodass diese Geschichten und verschiedenen Menschen uns vom 1. bis zum 24. Dezember durch den Advent begleiten werden. Und wir wünschen euch viel Freude beim Zugucken und freuen uns, wenn ihr uns auf dieser kleinen Reise begleitet.